Jetzt ist die Kakaoplatte trocken und ich werde jetzt also mit der Lasur beginnen. Hier möchte ich zwei Lasuren machen, das Horst, ich werde das jetzt in der Mitte teilen, ganz brachial, so einfach querfelbein. Die eine Seite werde ich mit Perlmutter machen und die andere mit Gold oder Bronze. Schauen wir mal, definitiv haben wir da die Perlmutter und das ist hier. So, werden wir mal jetzt gleich mal loslegen, mal wieder, auftragen. So, werden wir gleich kühlen. So, werden wir gleich kühlen. Untertitelung des ZDF, 2020